Herzlich Willkommen, ich bin Dr. Vincent Minsterling und ich erzähle euch heute mal etwas über unsere Öffnungszeiten. Wir in unserer Praxis sind für euch jeden Tag da. Wir haben von 7 bis 20 Uhr offen, um 7 beginnt bei uns schon die Prophylaxe. Und unser zahnärztliches Team ist von 8 bis 8 für euch da. Ihr könnt sowohl in der Früh als auch am Abend kommen. Und das Besondere, wir haben auch am Samstag für euch geöffnet, können individuell Termine dort mit euch vereinbaren, wenn es unter der Woche nicht klappt. Und wir haben für unsere eigenen Patienten auch unseren Notdienst. Das heißt, wenn am Sonntag irgendwas sein sollte, sind wir für euch da. Wir sind immer zu erreichen über das Telefon und haben unseren zahnärztlichen Notdienst hier bei uns jeden Sonntag. Sodass, falls irgendwas sein sollte oder akut ist, wir euch auf jeden Fall helfen können. Wenn du Patient bei uns in der Praxis bist, kannst du dich jederzeit melden, auch am Wochenende. Wenn es Probleme gibt, du Schmerzen hast, irgendein Notfall ist eingetreten, kannst du dich jederzeit melden. Wir sind immer für euch da. Außerdem kannst du natürlich gerne Online-Termine machen. Sowohl heißt, wir sind immer für euch da. Und dann können wir soziale Sorgen. Untertitelung des ZDF, 2020